Ich möchte mir eine Erinnerung an einen Termin im Vordergrund meines Desktops anzeigen lassen. Hallo und willkommen zu den Outlook Tutorials. Im vorangegangenen Video habe ich auf ein Problem hingewiesen, nämlich dass wenn ein Termin eine Erinnerung trägt, zum Beispiel dieser Termin, der hier um, mal gucken, um genau 16.30 Uhr startet und meine Uhr sagt unten 16.27 Uhr, dass die Erinnerung an diesen Termin nicht im Vordergrund meiner Anwendung angezeigt wird. Ich schreibe hier zwei Minuten vorher, zwei Min, vorher wird erinnert. Ich klicke auf Speichern schließen, das heißt hier kommt die Erinnerung. Ich schalte zum Beispiel auf den Internet Explorer um, bin jetzt hier im Web und kann gleich hier unten beobachten, wie die Erinnerung einkommt. Bei Design ist hier eingestellt, dass Outlook keinen Anwender stört. Ich habe aber einen Weg gefunden, ah man hat den Sound gehört, war ich nicht am Platz, sehe ich es jetzt hier unten blinken und dahinter, klick, klick, ist das Erinnerungsfenster. Wunderbar, ich habe es übersehen, komme zu spät zu meinem schönen Termin. Was kann ich alternativ machen? Ich schiebe diesen Termin hier mit der Maus auf meine Mail und automatisch, Moment, den Termin auf die Mail geschoben, automatisch macht er mir daraus eine Mail. Die Mail schreibe ich mir selber und ich schicke die Mail zeitverzögert ab. Ich überlege mir, aha, Übermittlung verzögern bis 16.30 Uhr, das heißt die Mail, oder ich mache mal 29, das ist jetzt gleich, die Mail soll sich selber abschicken und als Betreff schreibe ich nochmal dahinter ABC123. Klicke auf Senden, ups, gehe mal schnell in meinen Internet Explorer und jetzt wird mir, weil der Versand auf 19.29 verzögert ist, eine Mail zugeschickt um 19.29, ups, jetzt habe ich mich erschrocken und mit einem irren Knall kommt hier die Erinnerung in den Vordergrund. Das Ganze ist über eine Regel erstellt worden. Ich habe mir eine Regel erstellt, ich klicke mal auf Regel bearbeiten und diese Regel, die ich jetzt mal hier mit dem Doppelklick bearbeite, da wird einfach nur gesagt, okay, wenn etwas Bestimmtes im Betreff steht, und da habe ich definiert, wenn etwas Bestimmtes im Betreff steht, soll etwas passieren. Was soll im Betreff stehen? Da habe ich einfach den Text ABC123 geschrieben, da könnte man sich irgendein Schlagwort ausdenken. Als nächstes habe ich überlegt, was soll denn dann passieren? Dann möchte ich eine Desktop-Benachrichtigung sehen, da möchte ich das Benachrichtigungsfenster haben und da soll ein bestimmter Text angezeigt werden und dort soll ein Sound wiedergespielt werden und das habe ich mir als WEF-Datei ausgesucht. Gibt es Ausnahmen? Nein. Das ist die Regel, so habe ich sie benannt, Regelnamen ABC123 und kommt nur natürlich in Betracht, wenn Outlook überhaupt aktiv ist. Klicke hier auf OK und ab sofort wird mir halt, na, dauert ein bisschen, bis ich hier das Ganze geschlossen habe, ab sofort wird mir diese Regel angewandt. Ihr könnt jetzt hier die Mail öffnen und sehen, ah, ich habe meine Besprechung jetzt gleich. Also, das funktioniert im Gegensatz zum Erinnerungsfenster. Ich hoffe, damit ist ein wirklich frustrierendes Problem, nämlich, dass die Erinnerungen nicht nach vorne poppen, für euch ein bisschen halbwegs komfortabel gelöst worden. Ich freue mich auf Feedback. Bis zum nächsten Video.